Hallo meine Freunde, hier ist mal wieder euer Maximus, hier begrüßt euch und heute gibt es mal wieder ein paar News zu berichten und dieses Mal für den Eurotrack Simulator 2 und dem kommenden Black Sea DLC. Dieses Mal ist Bulgarien dran, weil wir wissen ja, alle gucken jetzt auf das Washington DLC für den ATS, was ja am 11.06. rauskommt und dieses Mal, so haben wir ja natürlich nicht vergessen, der Eurotrack Simulator hat einen größeren Stellenwert und deswegen geht es heute mal um das Black Sea DLC. Bulgarien, neue Bilder, drei neue Länder sollen hier reinkommen, Rumänien haben wir gesehen, Bulgarien werden wir jetzt sehen und dann wird nochmal bestimmt neue Bilder für die Türkei kommen. Sie sagen aber echt, dieses wird in den kommenden Monaten, also nicht in den nächsten Wochen, in den nächsten Monaten werden wir mehr sehen und ich denke, denn Ende des Jahres wird es dann endlich so weit sein, dass wir auch beim Eurotrack Simulator eine neue Erweiterung sehen. Vielleicht sogar noch beim ATS was Neues, aber bevor wir hier rumdiskutieren und die ganze Zeit auf dieses eine Bild reingucken, schauen wir uns erstmal an, was wir hier alles sehen. Wir sehen auf jeden Fall ein beeindruckendes, ja, Gewürf von Straßen, also wow, die übertreffen sich ja immer wieder mit den schönen Landschaften und sehen wir hier irgendwo ein Fahrzeug? Falls ihr irgendwas seht, dann schreibt es ab in die Kommentare und ich sehe hier einen Passat und das ist ja der Passat, den wir gekauft haben. Och ja, wie schön. Ja, Ostblock und ist natürlich zwischen Asien und Europa, hat das immer eine zentrale Rolle gespielt. Das Land nicht dicht besiedelt und sehr lange unter der Herrschaft der Sowjetunion. Auch die Osmanen waren damals hier und man merkt in manchen Bereichen schon echt den Touch des Ostblockes. Gerade hier diese Fabrikgelände, was wahrscheinlich stillgelegt ist oder wird hier Beton gebaut. Hier ist noch so ein Kran und ein ganz normaler MRN, also da sieht man jetzt gar nichts, also TGX, Euro 6, MRN. Gehen wir mal weiter und das ist auf jeden Fall ein Bild, ja, was uns bestimmt dazu bringt, dass wir vielleicht Frachten von Hafen irgendwie transportieren. Also natürlich, aber wir sehen auch hier ganz klipp und klar einen Aufleger mit Flüssigstoff und der hat hier solche Kästen dran. Kann das sein, dass wir in der Region vielleicht auch mal unseren eigenen Trailer haben mit Flüssigmaterial? Mal gucken. So, auch hier, schöne Plattenbausiedlung, wahrscheinlich in der Hauptstadt. Jetzt könnt ihr reinschreiben, was ist die Hauptstadt? Hier haben wir nochmal einen Aufleger für Flüssigsachen, ja, für Flüssigstoffe und ja, man sieht auch immer wieder, ja, so kleine Dörfer und Städten, Gemeinden, wo jetzt auch mal die Häuser ein bisschen zerstört, das ist kaputt, die Straße ein bisschen abgewetzt. Das finde ich echt interessant, ne, man sieht auch jetzt hier im Hintergrund, also man kann schon weit in die Ferne gucken und ja, glaube die Wiege der kyrillischen Schrift, ne, ist das Land. Und guckt euch an, ach, eine schöne Bahn hier, die rüberfährt, ne, und Ikea, ne, Hashtag, ist auch nicht zu vergessen. Ja, schöne Tankstelle und da die großen Wohnsiedlungen. Das sind jetzt die Bilder, die wir gesehen haben und ihr könnt ja gerne noch ein bisschen mehr reinschreiben, auf was für ein Bild, also es sind, glaube ich, zehn Bilder, bei welchem Bild ihr noch irgendwo Besonderheiten gesehen habt. Ja, dann schreibt es bitte rein und wenn ihr nichts verpassen wollt, dann könnt ihr gerne ein Abo da lassen, weil wir sind jetzt erstmal fertig und ich werde euch natürlich immer wieder auf den Laufenden halten, wenn es was Neues gibt über den Eurotrack-Simulator. Sowie auch über den American Truck-Simulator. Deswegen würde ich mich freuen, wenn der eine oder andere hier kommt, vielleicht beim nächsten Livestream, vielleicht werden wir am Wochenende Livestream machen mit dem Multiplayer, falls er dann in der 1.35 funktioniert. Dann haltet mir auch einfach mal auf den Laufenden. Ich mache aber jetzt wirklich einen Fisch, haut rein, macht's gut, bye bye.